Was ist unser Lehrprojekt? Unser Lehrprojekt überschreitet in mehreren Dimensionen die Grenzen des traditionellen, konventionellen Unterrichts. Zum einen durch eine starke Digitalisierung und Internationalisierung der Lehre und dann insbesondere auch durch die 1-zu-1-Verschränkung von Theorie und Praxis. Unsere Studierenden des Masters Deutsch als Fremdsprache, die ja hier im schönen Marburg zu internationalen Deutschlehrkräften ausgebildet werden, lernen zunächst in Präsenz- und Online-Seminaren fachliche Inhalte digital aufzubereiten und zu vermitteln und wenden diese dann in Lehr- und Lernkontexten mit spanischen Lerngruppen unserer Partneruniversität Pablo de la Vida in Sevilla direkt an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017